Ich spreche von Aufmerksamkeit. Nicht einmal auf etwas, einfach aufmerksam sein. In den yogischen Systemen haben wir was, das Shavadanis, Shatavadanis genannt wird. Das bedeutet, dass ein Mensch zehn Dinge gleichzeitig tut. Wenn dir also nichts entgeht, hält dich jeder für eine Art Supermensch. Wir können dir sehr dynamische Prozesse geben, mit denen du deine Aufmerksamkeit auf ein immer höheres Niveau heben kannst. Meine Frage ist, was bedeutet Fokussierung für dich und wie können wir Fokussierung in unserem täglichen Leben anwenden? Was ist also deine Definition von Fokussierung? Okay. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses Wort zu beschreiben. Wenn du statt Fokussierung das Wort Aufmerksamkeit verwendest, würdest du zustimmen, dass Aufmerksamkeit und Fokussierung ungefähr dasselbe sind? Es gibt einen kleinen Unterschied, es gibt Nuancen. Aber wenn man von Fokussierung spricht, es ist so, als würde man ein Licht auf etwas fokussieren. Das bedeutet nur, eine Fokussierung ist immer ein Punkt. Aufmerksamkeit kann viel weiter gefasst sein. Schau, wenn man klar sehen kann, ich habe Probleme, den jungen Mann zu sehen, weil ihr ihn dort in der Dunkelheit des Saales gehalten habt. Aber wenn der Saal gut beleuchtet wäre, müsste ich mich nicht fokussieren, um die Menschen zu sehen, die hier sitzen. Ich brauche nur Aufmerksamkeit. Wenn ich aufmerksam bin, werde ich alle Menschen hier so sehen, wie sie sind. Aber wenn ich mich jetzt für diesen einen jungen Mann interessiere, dann brauche ich Fokus. Wenn ich mich nur fokussieren würde, ohne die allgemeine Aufmerksamkeit auf alles um mich herum, ich spreche von unterschiedsloser Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, die sich nicht einmal auf etwas richtet, sondern einfach nur aufmerksam sein. Denn nur weil es ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit und Bewusstheit in dir gibt, weißt du überhaupt, dass du existierst. Andernfalls sagen wir im Schlaf. In deiner Erfahrung existiert weder die Welt, noch existierst du. Alles, was passiert, ist, dass es keine Aufmerksamkeit gibt. Und weil es keine Aufmerksamkeit gibt, gibt es keine Wahrnehmung irgendeiner Art. Das Wichtigste ist also Aufmerksamkeit, damit eine generelle Auffassung von allem gegeben ist. Dann gibt es ein bestimmtes Interesse. Und dann fokussieren wir uns auf dieses bestimmte Interesse hin. Was ist also der Zweck? Oder was ist die Definition von Fokussierung? Was ist der Nutzen von Fokussierung? Wo kann uns Fokussierung hinführen? Wir fokussieren uns nur auf etwas, weil unsere Aufmerksamkeit nicht scharf genug ist. Wenn unsere Aufmerksamkeit sehr scharf wäre, bräuchten wir uns auf nichts zu fokussieren. In den yogischen Systemen haben wir, was das Shavadanis, Shattavadanis genannt wird. Das bedeutet, dass ein Mensch zehn Dinge gleichzeitig tut. Ein anderer Mensch tut hundert Dinge gleichzeitig. Das heißt, er wird einen bestimmten musikalischen Raga vortragen, gleichzeitig ein sehr komplexes arithmetisches Problem berechnen, gleichzeitig ein Gedicht schreiben, und gleichzeitig wird er zehn Dinge oder hundert andere Dinge tun. Es gibt solche Menschen. Du kannst das entweder nutzen, um einfach ein Bühnenkünstler zu sein, oder du kannst es einfach in deinem Leben nutzen. Du bist ein Unternehmer. Es ist sehr wichtig, wenn du auf der Straße gehst, dass du etwas sehen kannst, das die meisten anderen Menschen nicht sehen können. Dann wirst du zu einer Führungsperson, weil du in der Lage bist, Dinge zu sehen, die andere noch nicht sehen. Dann nimmst du eine Führungsposition ein, denn Führung bedeutet im Wesentlichen, dass man auf einem Hochsitz ist. Sobald man auf einem Hochsitz ist, muss man besser sehen als andere. Aufmerksamkeit ist also die Dimension, die dich auf diesen Hochsitz bringen wird. Wenn deine Aufmerksamkeit auf alles gerichtet sein muss, dann solltest du aufhören, nach dem Motto zu unterscheiden, ich mag diese Person, ich mag diese Person nicht. Das ist gut, das ist schlecht. Das ist schön, das ist nicht schön. Das ist nützlich, das ist nicht nützlich. Wenn du keinerlei Unterscheidung triffst, arbeitest du einfach an deiner Aufmerksamkeit. Es geht nicht darum, auf etwas aufmerksam zu sein, sondern einfach super aufmerksam zu sein, auf nichts Bestimmtes. Seht, wenn man jetzt die Spannung in dieser Halle, in der ihr sitzt, erhöht, wenn das Licht angeht, dann denkt das Licht nicht, auf wen soll ich mich fokussieren? Wenn das Licht angeht, wird alles, was sich in dem Raum befindet, sichtbar. Das ist wichtig. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt des yogischen Prozesses, dass wir weiter an unserer Aufmerksamkeit arbeiten, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf ein immer höheres Niveau, eine immer höhere Spannung und Intensität bringen. Wir ermutigen also nicht zur Fokussierung, denn Fokussierung bedeutet, die ganze Aufmerksamkeit zu bündeln und sie auf eine Person zu richten. Angenommen, du investierst deinen ganzen Fokus voll und ganz auf einen Punkt und du findest an diesem Punkt nichts Lohnenswertes, was wirst du am Ende deines Lebens tun? Das ist es, was in den meisten Menschenleben geschieht. Du arbeitest einfach daran, deine Aufmerksamkeit so zu schärfen, dass selbst wenn sich jemand auf etwas fokussiert, es nicht so scharf sein wird. Wenn deine Aufmerksamkeit so scharf ist, wird dir in diesem Universum nichts entgehen. Wenn dir dann nichts entgeht, hält dich jede für eine Art Supermensch. Nein, 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 es geht nicht darum, ein Supermensch zu sein. Es geht darum zu erkennen, dass das Menschsein an sich super ist. Wenn du also deine Aufmerksamkeit kultivierst, gibt es... Wir können dir sehr dynamische Prozesse geben, mit denen du deine Aufmerksamkeit auf ein immer höheres Niveau heraufsetzen kannst. Wie klar du siehst, bestimmt, wie erfolgreich du in diesem Leben bist. Das steht außer Frage. Wie viel Unklarheit in dir ist, bestimmt, wie unbesonnen du in deinem Leben handeln wirst. Das steht schlichtweg außer Frage. Wenn man also erreichen will, zuallererst arbeite daraufhin, diese Aufmerksamkeit zu kultivieren. Hör zuerst auf mit deiner unterscheidenden Sichtweise, dass du diese Person nicht ansiehst. Oh, das ist ein Mann, das ist eine Frau, das ist ein Hund, das ist dies, das ist das. Sei einfach aufmerksam, ohne jedes Urteil. Wenn du einfach allem und jedem Aufmerksamkeit schenkst, ohne jedes Urteil, wirst du sehen, dass wenn du nur eine Ameise Aufmerksamkeit schenkst, es phänomenale Dinge gibt. Du bist in Deutschland. Wer weiß, wenn du einer Ameise genug Aufmerksamkeit schenkst, kannst du das beste Auto der Welt entwickeln? Denn ich habe noch keine Maschine gesehen, die sich mit solcher Geschicklichkeit bewegt wie eine Ameise. Aber ich glaube, niemand hat einer Ameise genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Die Aufmerksamkeit, das Anheben der Aufmerksamkeitsspanne, ist also wichtiger als die Fokussierung. Für unmittelbare Zwecke, wenn du dich auf etwas fokussieren musst, kannst du das tun. Aber im Moment kannst du ein einfaches Experiment machen. Wenn du mit leicht nach oben geneigten Gesicht da sitzt und deine Augen schließt, wirst du sehen, dass du einen natürlichen Fokus zwischen deinen Augenbrauen haben wirst. Aber du kannst dir viele Dinge bewusst sein, der Menschen um dich herum, deines Atems, der Empfindungen in deinem Körper. Du kannst dir allem bewusst sein und trotzdem fokussiert sein. Der mentale Fokus ist also eine begrenzte Möglichkeit. Aber die Aufmerksamkeit, die Steigerung der Aufmerksamkeit, die dich schließlich in einen Raum versetzt, in dem du bewusst wirst, oder in den Worten anderer Leute superbewusst, du bist nur bewusst, aber die Leute denken, du bist superbewusst, weil du dadurch alles so erfasst, wie es ist. Das Wichtigste dabei ist, dass dein Verstand nicht wie ein Prisma funktioniert, das die Dinge verzerrt und Muster erschafft, wo sie nicht existieren. Dein Verstand ist wie ein schlichtes Spiegel geworden, der alles so zeigt, wie es ist. Nur wenn du alles so siehst, wie es ist, wirst du in der Lage sein, mit allem vernünftig umzugehen. Ansonsten machst du ein Chaos aus vielen Dingen. Das ist sehr wichtig für einen Unternehmer, weil du keinen Job hast. Herr política, wie es ist, Untertitelung des ZDF, 2020